Alles wieder, diesmal, tatsam. Da nacht, da nacht, ist unser Mund. Ich gehe, ich gehe, ich komme. Freuene, die Freie, die Freie. Eintrplex, Sofie Elegern, Euremako, Ellen Küchel, Sofie Kluwierski, und Juliane Finnick. Eintrplex, 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 Kluwierski, und Anja Krimmann. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir zur Angst-Ausweichung kommen, möchte ich einmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen. An die Schutzhäuser. An die Kampfkräfte. Die Schutzhäuser. Das halbe Personal, die Grünen in der Erfangenhalle, hier in der Halle, die große Mühe gegeben haben, hier feste Voraussetzungen zu schaffen, dass die Kultur hier ort auf dem Weg sauber, fair und ungegrofe Verletzungen abgelaufen ist. Darf ich Ihnen mal einen Applaus an alle. Ganz wichtig. Die Mannschaftskapitäne. Schwerin, Bismarck und Marc Ranschmidt bitte einmal nach vorne kommen. Aber wir haben ja auch den Fokal anzustehen. Und wir haben ja auch den Fokal anzustehen. Und wir haben ja auch den Fokal anzustehen. Hier kam aus der Auszeichnung. Beste Spielerinnen, Keine Dominikaner. Wir zeigen damit aus. Sie sind so schön. Ich bin ja so. Das ist so schön. Ich bin ja so schön. Ich bin ja so schön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie trägt das Hemd in Weiß, kommt vom SV Brünnweiß-Tarim. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. So, das war der Gäste, ich sage noch mal Dankeschön an euch. Ich wünsche euch für alle eine schöne Heimreise. Wir sind hier in der Schule, wir sind hier in der Schule. Und ich wünsche euch da, wir sind hier in der Schule. Vielen Dank.